Dann wäre Selbstvertrauen mit in die Mannschaft reingekommen und das wäre ein anderes Spiel gewesen. Aber das ist halt alles hypothetisch, das Spiel ist gelaufen. Nein, nein, ich rechtfertige mich ja nicht in dem Sinne, sondern ich begründe meine Meinung, weißt du? Das hat ja nichts mit Rechtfertigen zu tun. Alles gut. Oh, ich bin platt, ich bin leer. Ich bin so platt. Oh, die Knarre, Alter. Wo ist der Typ? Ah, da oben. Nein, Alter, verähmisch das da. Scheiße. Ja, juhu. Kapper kackt, ja. Den will ich da haben, den Typen. Oh nein, da ist einer da unten. Scheiße. Dein Land ist im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne aktiv. Da, 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 da. Deu! 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 das kannst du kein erzähl findet der pisser da alles als ja jetzt kannst du ja auch ich geh gleich in Discord rein ja genau so wie letztens hat der Doro einen auf Pazifist gemacht wir sehen eine offene Stelle im feindlichen Netzwerk ihre Uplinkstationen finden und die Daten sichern bevor sie alles abregeln ich muss meine Marken mal sichern oh die haben mehrere Spots jetzt ich denke ach komm schon die Feinde haben eine Konterdrohne eingesetzt ich hab doch Dinger eingesammelt ich hab doch safe Münzen eingesammelt ich bin über so viele Münzen übergelaufen wieso kannst du dich nicht abgeben ey beschiss die Kopfgeldziele wurden markiert der hängt da hinten am Kartenrand okay okay der Dinger hat sein Netzwerk wieder gesichert es ist vorbei ich bin sicher hier ich bin Wieder Wäsche eingesammelt. Wieder Aufhörstung endet bald. Mach was draus. Hey, Bischow. Schuss. Aufschlag gescheitert, Zeit abgelaufen. Hey Besscher! Der Feind nähert sich. Ein Platz unter den besten 10. Der geht mir auf den Sack hier, ne? Untertitelung im Auftrag des ZDF. ich habe schon gesehen ich habe schon gesehen ... ... ... ... Uh, net. kein problem kommt nein nein bitte nicht ja danke deutsch da draußen ist der wind vor allen dingen für mich nicht keine löttings reinge kein freeze reingehauen hat jetzt gerade noch in der situation da weinst und sich doch darüber nicht ärgern kannst oder dafür ist also damit muss ich ja rechnen wenn ich das anhalten dann also so ist ja nicht wenn ich auch war hart genug dankeschön ich komme in discord ich schaue ohne mit zocken